Musik Zukünftige Kollegen sollten mitbringen IT-Affinität. Ein hohes Maß an Flexibilität und Teamgeist. Offenherzig, nett, aber auch gewissermaßen direkt, dass man immer weiß, warum man ist. Das finde ich hier sehr wichtig und finde ich auch sehr schön hier. Für unser Team auch die eine oder andere Schlagfertigkeit kann nicht schaden.